Ich kann den nicht rennen, der Korn ist rennen, der Korn ist rennen. Hinsen, nein! Hey, er tanzt, er tanzt! Oh, Mann, oh Mann! Show, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Heute schauen wir uns gemeinsam etwas richtig, richtig Wichtiges an. Und zwar einen der besten Spieler der Welt. Er hat bei der WM über 50.000 Punkte erspielt. Ist einer der deutschen Underdogs. Ist komplett eskaliert, meine Freunde. Macht die krassen Streaming-Zahlen. Und ist wirklich der heftigste Aamer und der heftigste Bauer in ganz Deutschland. Meine Freunde, wir reden von Trimax. Wir schauen uns heute best auf Trimax-Zahlen gemeinsam mit dem guten Herrn Weif HD. Was geht? Was geht ab, Leute? Hast du gemerkt, ich war endlich mal freundlich zu dir, Alter? Sowas aber. Ich habe mich gerade innerlich wirklich gefreut, muss ich mal sagen. Ja, gut, hört euch jetzt auf. Haltet bitte die Fresse. Leute, da Trimax und ich hier gemeinsam Lost Clan gebaut und erfunden und aufgebaut haben... Kurzfrage, darf ich da eigentlich rein? Lukas, wenn du dich bewirbst, bitte gerne mach das, ja. Leute, würde ich sagen, schaue ich mir doch ganz kurz, was der andere CEO vom Lost Clan so drauf hat. Es gibt auch eine Menge, Menge dieser Fail-Kompilations, glaube ich, von mir. Falls nicht, dann wird es auf jeden Fall mal Zeit, dass bitte jemand so eine erstellt, weil ich bin mindestens genauso beschissen, wenn ich sogar beschissene Aamer, meine Freunde. Das 1 gegen 1 habe ich immer noch peinlicherweise gewonnen. Keiner weiß, wie es passiert ist, es ist einfach passiert. Ich wollte sagen, Leute, wir gönnen es jetzt mal ganz kurz rein. Ich hoffe mal, dass es eine der Clips ist, die ich noch nicht kenne hier. Aber ich bin da relativ optimistisch, weil es gibt echt eine Menge Fails von Trimax. Max, nimm das nicht persönlich, ich liebe dich, ich küsse dein Auge. Digga, ich bin auf jeden Fall gespannt, was dahinter steht. Auf geht's, Digga. Ah, hier, ich spiele gerade TTT mit Kamo und Hori. Vorhin, glaube ich, Kamo. Oh nein, oh nein. Die Map ist anders, LUL! Max. Okay, Digga. Max, Alter. Oh mein Gott, Max. Okay, besser Skin, by the way. Auf der GROUND. Oh. Ach, Max. Hä? Die hat man doch so krass gesehen. Die war im gleichen Moment, wo ich die... Anscreen... Anders auffällig. Hä? 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 Hier ist eine Random-Granate, die laggt. Die Random-Granate, die laggt, die hat man sogar gesehen. Ja, aber hä? Ich dachte, oh ne Sch***, die buggt wieder, weil in Fortnite das magst du ja wirklich. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das war der dümmste Tor aller Zeiten. Da hin sind noch mehr direkt. Okay, mit der Faustel hier gemeinsam. Ähm, Max. Oh, ich bin so schlecht. Ja, aber das war ja wohl drauf. Okay, aber jetzt, aber jetzt hitte der, hitte der. Oh nein, dieser Typ, guck ihn dir an. Snowskid. Oh mein Gott. Philipp! No! Max, Alter, ich schwöre dir... Junge, Junge, Junge. Die hat man ja so hart gesehen. Hä? Oh. Max? Nein! Max? Was? Hat der sich gerade verbunden? Oh mein Gott. Hat der gerade Bandos nicht eingegirrt? Das war ein Minis, Dinger. Oder? Ich glaube, es war ein Bandos, Junge. Oh mein Gott. Mit Marcel zusammenstärken. Der war so low. 50 AP, ich hätte vier Hits locker. Ich habe fünfmal angefangen, mir irgendeine Sch*** zu geben. Weil ich nur eins nicht drücken kann. Ey, das nervt so, wenn man so kacke ist. Wir alle fühlen das, er weiß auch. Ah, hier, Paluten-Skins. Okay, Max ist hier gerade drin. So random einfach umschießen. Ja. Was macht ihr denn? Digga, mein Eben marsch. Ich habe ein ganzes Mal ein Team verschossen. Max? Ich habe wirklich ein ganzes... Ich habe keinen Schuss mehr. Hast du einen Schuss? Okay, jetzt hier Monte Parcours. Kann man die Eiswahl noch dodgen? Ja gut, da darf ich nichts sagen, Digga. Ich bin noch schlechter als er. Das schaffe ich nicht mal. Ja, ich bin drüben. Hier ist eine Falle. Das hat mir niemand gesagt. Ich habe keinen Bock mehr, da bin ich raus. Okay, sowas aber, ne? Ich kann aber Jumparounds auch gar nicht. Da darf ich nicht lachen eigentlich. Ich mache jetzt ein Play, Leute. Achtung, er macht ein Play. Jetzt heilt die Towers. Are you ready? Oh nein, Max. Nein, 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 komm. Wohin? Wohin soll ich die Granate gehen, Max? Ich glaube, er werft nach unten und will über... Du musst ja früher werfen. Ey, man muss sich doch abwerfen. Wenn man schon sprennt, ja, ja. Oh mein Gott, oh mein... Was? Okay, aber Blum. Ganz ehrlich, Blum, Digga. Das kann nicht sein. Ey, ich wollte gerade sagen, Digga, er war ja anders drauf. Okay, jetzt kommen sie wieder, die Pro-Balloons. Alter, Hilfe, Hilfe. Er wird runtergeschossen. Was? Das ist einfach zu hoch. Max, Max, lass die Ballons los. Max? Max, ähm... Was? Max, Luftballon nehmen. Was? Ich denke, hier ist ein Boun... Digga, an der Ecken sind keine Bouncer. An der Ecken sind keine Bouncer. An der Ecken sind keine Bouncer. Komm, Kill, bring dich um. An der Ecken sind keine Bouncer. Ey, Marcel, wie viel IQ wäre dieser Play gewesen? Was ist denn jetzt hier? Lebt ihr noch? Ja, klar leben wir noch. Wir haben vier Kills. Jo, ich bin down. Ja, klar leben wir noch. Ich habe vier Kills. Jo, ich bin down. Stark. Schön. Komplett nur AP. Max, also Max, bauen oder? Oh mein Gott, die Zombies haben abgebaut. Ich bin nicht... Äh, was war das jetzt? Die Zombies haben abgebaut. Ich habe irgendwie... Ich habe es nicht gecheckt. Ach, lol. Ich dachte... Junge, Junge. Boah, Digga, Flugzeuge. Oh nein, Romatra. Er fällt runter. Oder wird gesniped. Oh, da fliegt ein anderes Flugzeug. Siehst du es? Was macht es denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ach, da, lol. Da, dann. No. Das ist ein Kackflugzeug. Ach, das war unser. Oh mein Gott. Du bist jetzt so peinlich. Das war der ein alter Flugzeug. Oh, junger Alter. Nein, oder? Nein. Okay, nice, nice, nice. Lol, er ist durch. Er ist durch. Und Max fällt runter. Hä? What? Lol, hä? Was? Alter, der hätte mit No-Scope-Sniper gegeben. Er ist komplett advanced. Oh, irgendwas ganz krankes passiert. Der hat auch ganz schnell gebaut. Oh shit. Schade, Digi. Manchmal rief man einfach aus so Vollidioten. Komm schon, du, komm schon. Digga, das war noch Zeiten, Alter. Als diese kacken Inseln da, wenn du denk mal. Ich komme nicht in dieser Runde. Ich komme hier nicht hoch. Ich habe einen Grappler-Hals-Maul. Ich habe es trotzdem. Kann man das alles rausschneiden, bitte? Hä, ich schieß doch öfters. Ja. Er fällt runter. Ja, doch. Junge, Junge, Junge. Ich habe einen Grappler-Hals-Maul. Lass ihn erst dann auffällt, ne? Geh, Junge, viel los. Ja, es ist, das ist meine Rede. Ja, Persona, Digga. Ich, das geht nicht. Ich konnte es. Aber er ist tot. Ja, ja. Er hat es geschafft. Ne, das ist zwei. Verloren. Ne, verloren. Hä? Loh, ich habe verloren. Das glaube ich dir jetzt nicht, ne? Kennst du das? Er kommt gar nicht klar. Ja, Mann. Safe, Digga. Safe und dann sowas. Oh mein Gott, Alter. Ich leide so mit dir, Bruder. Ich fühle das so sehr in meinem Herzen. Oh shit, Digga. Oh, mein Gott. Hab zwei. Okay, dieses Edit. Hä? Was macht der? Low, dead low. Hä? Äh. Max? Oh, hier unter mir. Ich komme jetzt dazu. Ne, ich fall schon wieder runter. Jetzt fall ich nicht runter. Ich fall runter. Ich fälls so, ich bin raus. Ich kann nicht mehr. Ich habe die Runde alles getroffen. Ich habe den Berg runtergefangen. Digga, was hat das? Ich kann den drinnen, der Call ist drin. Der Call ist drin. Hilfe, nein. Hey, er tanzt, er tanzt. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Hey, wieso ist der Schwing? Das ist neu. Der Mann tanzt. Wo war das jetzt? Wo war das? Ich will es nochmal sehen. Da. Nee, eins zurück. Hey, er tanzt, er tanzt. Das ist neu. Wenn man tanzt. Boah, geil. Er ist der Kostiger, sehr stark. Komm, gib ihm. Oh no, Digga. Aim absolut los. Okay, das war ich los, gerade. Hey, das habe ich so nicht gedrückt. Q. Laufen. Q. Laufen. F. Ja, das ist brutal. Also dann zusätzlich noch was. Hä? Was? Ja, das ist brutal. Das ist brutal. Die ganzen Pros können das. Alter, ihr scheiße Pros. Ihr habt doch richtig Probleme. Hä? Digga, das ist so krass. Das geht ja gut. Das warst du. Du hast gekillt. Oh my God, lol. Guck mal, das ist aus Season 0, also 1, oder was? Ja. Er hat sein Team einfach geholt. Halt's Maul. Ich habe nicht hinter dir gesagt. Er hat einfach Strobel weggasiert. Das war in Season 1, war das. Aber aufgeregt, ich würde es feiern, wenn das wieder kommt. Ja, Sam, ich würde dich so abfacken. Digga, ich würde dich auch so anders. Junge, das sind aber alles sehr alte Clips von Max, muss man dazu sagen. Max, jetzt deutlich besser, ne? Ja, ich weiß, dass er auf jeden Fall krass spielt. Oh, Raketenwerfer. Kannst du schon... Oder, ne? Ne. Doch, da kommt er. Oh, schön. Oh nein, Digga. Aber das war Bad Luck, Digga. Das war Bad Luck. Diese Rockets, die gehen mir so auf die Eier. Der Gegner sieht ihn nicht, oder? Lol, ne. Oh Mann, ja genau in dem Moment hat er Tower-Long gegangen, ne? Ah, hier, Sniper-Modus. Max ist eigentlich krasser Sniper, muss man sagen. Also eigentlich hat er richtig einen Sniper-M. Was? Wieso hat er da nicht reagiert? Das sollte im Sniper-Modus verboten werden. Da kann ich doch nichts machen. Doch, kannst du hier rausbauen. Ja. Also, zwei Hits und dann ist das down. Oder komplett in die Ecke gehen. Der hat glaube ich auch noch überlebt. Alter, ich bin... Max. Oh, bruh. Max, Bruder. Ich bin so dumm. Aber jeder hat diese Momente bei Fortnite. Wieso bearbeitet der nicht? Alter, ist er verschwitzt. Nee, der darf mich nicht töten. Digga, was ist der Strobel? Hier rumschreit. Oh, leu. Oh, Max. Max, da ist eine laufende Kartoffel, Digga. Der schießt mit der Schrotflinte auf. Oh, stimmt. Max. Max. Was? Digga, pump dann und ab geht's. Ja, keine Max, Bruder. Aber jetzt kommt der Pulsnetplay. Ich seh's schon. Ich find's auch so süß, wie er langsam wechselt. Weißt du, was ich meine? Ja. Achso, das ist auch schon dick lange her. Oh, mein Gott. Gebaut hat er dabei schon ganz gut jetzt, ja? Unter ihm jetzt... Oh, Trapp. Oh, ja, ich bin über den Trapp. Nein, bitte holt mich hier raus. Oh, Gott, bitte. Bitte holt mich hier raus. Bitte. Oh, shit. Was soll ich sagen? Lost, Trimax, auf jeden Fall der beste Spieler, den ganz Europa jemals gesehen und hervorgebracht hat. Ey, warte mal. Trimax war doch auch bei diesem Problem-Turnier, oder? Ja. Hat er da was gerissen? Ich würde sagen, meine Freunde, das war's von diesem Video. Schaut auf jeden Fall gerne bei Trimax und der Weib vorbei, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir sind damit raus. Max, ich küsse ein Auge, Digga. Bester Spieler in meinem Herzen, du weißt. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 schuppi. Ciao, ciao, schuppi. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. 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 Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank.